Wo bin ich hier? Ach, bei meinem Zimmer. Aber warum ist ein Kamerateam vor mir? Egal. Ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ach ja, ich muss noch meinen Hamster füttern. Oder warte, ich habe doch eine Katze. Ach, ich muss die Katze füttern und mit der Gassi gehen. Aber Katzen gehen doch keine Gassi. Dann war es doch der Hamster. Alter, könnt ihr einmal professionell arbeiten? Macht weiter, komm. Hm, an was kann ich mich als letztes erinnern? Oh nein, äh, falscher Gedanke. Mir kommt das so vor, als wäre ich... Ist das Blut? Mir kommt das so vor, als wäre das schon eh nicht her gewesen. Außerdem stink ich total. Hm, ich nehme einfach eine Deo. Das wirkt wunderbar. Warte mal. War das gerade Haarspray? Egal. Ohne Witz. Einmal noch. Dann fliegst du. Sonst übernimmt Peter deinen Job. Mach weiter. Ah, okay. Los. Los. Was? Ich habe fast drei Monate geschlafen? Digga. Das Brot. Kann man das noch essen? Was habe ich wohl alles auf YouTube verpasst? Ungespielt, löscht seine Kanäle? Die Leute von TubeWalk haben nicht zum Videoday? Streit zwischen YouTubern? Endcom dreht das Mediakraft aus und Christoph Krachten auch? YouTuber sind uns Stars? Red Bull verleiht Flügel. Ohne. Das ist Werbung. Alter. Richtig krass was zur Zeit abgeht und nur weil ich kurz mal nicht da war. Alter du warst drei Monate weg. Alter halt die Fresse und film einfach. Und warum kannst du überhaupt meine Gedanken hören? Das nächste Mal wenn ich aufwache hat Dagi Bi bestimmt Lina Haare. Äh Digga. Das ist schon passiert. So Freunde das war es auch schon wieder mit dem neuen Video. Falls es euch gefallen hat und falls ihr mehr Videos wieder von Nexttastic wollt dann drückt doch den Daumen hoch. Ansonsten kann ich euch versprechen es werden auf jeden Fall wieder Videos kommen auf Nexttastic. Zwar nicht wöchentlich zumindest noch nicht aber ich habe richtig Bock auf Video drehen und ich hoffe ihr auch. Falls ihr jetzt weiter Nexttastic gucken wollt könnt ihr hier unten 10 Arten von YouTube in der Weihnachtszeit angucken und hier unten könnt ihr die verdammte Normalparodie von mir angucken. Ansonsten Freunde hat es mir wieder mal ziemlich viel Spaß gemacht. Haut rein und ciao. Film mich, film mich. Fuck. Nein. SophMi SophG SophG Nie